so hallo bei einer zweiten folge von diesem spiel was ja also man muss wirklich da anfangen also da wo der stock da ist also beim letzten speicherpunkt man kann nicht speichern und überhaupt nicht und so also muss ich mich bei aufnahmen enden oder bei aufnahme sessions enden daran halten dass ich dann bei so einem speicherten ende aber seine sachen wie dieses kreuz hier was hier war oder das grab das haben wir schon entdeckt weil das ist gespeichert dass man dann die junge das wollte ich euch nicht ja ihr wisst schon da kommt jetzt noch mal gleich der nette junge so Wunderbar, ich freue mich. Hier ist das Rad. Nimm das Rad Gott Ach ich Idiot Ich wollte doch mal in den Tastenbelegungen gucken Ob hier irgendwas mit Die dramatische Musik kann jetzt aufhören Ob jetzt irgendwas mit dem Rad Wie man es inventarisch benutzt Habe ich jetzt nicht gemacht Hä? Ist sie das Missing Objekt? Oder Inventar Geht nicht Hä? Du stehst auf Rädern? Das geht ja schon mal nicht Vielleicht gehört das ja gar nicht hierher Ja, ein alter Generator Sagt schon mal viel aus Ein Schlüssel A set of keys Ah, wir haben hier sogar vielleicht mehrere Wunderbar Ähm Ich glaube nämlich einfach, dass Fraps hierfür besser ist Man hört mich jetzt auch sehr deutlich Glaub ich Also mal gucken Ah, einfach Links klick Also müsste es antraglich auch mit links klick gehen Aha, es fehlt Benzin Waren die Tür wieder zu? Ne, geht nicht Okay Gut, dann haben wir jetzt Benzin Das ist auch äußerst wichtig Ich habe vergessen die Zeit anzustellen Ja, sonst verläuft die Zeit nicht Ihr kennt das, wenn man das mal macht Und dann hat man so temporale Die temporale Polizei am Hals Und alles so, ist schrecklich Warte, wir haben uns das noch nie anguckt Ich hätte auch mal uns jetzt das noch angucken müssen Ich klicke das einfach mal weg Und Wird das Bild besser mit der Zeit? Ich weiß nicht Jetzt fängt es wie an zu nieseln Ja, wunderbar Wird gleich kälter Habe ich ja eigentlich das Fenster auch? Ne, ich habe mein Fenster zu Ich glaube ich mache die Heizung gleich an Oh, es ist kalt So, Inventar Was? Was? Muss ich irgendwas? Aha Ah, ein Checkpoint Wunderbar Das Nix Okay Okay Lock Lockpile? Lockpile? Keine Ahnung Es funktioniert auf jeden Fall jetzt Und du? Es fehlt ein Objekt Da vorne leuchtet jetzt was Hier Strom Ich glaube beim schlechten Wetter Wird das hier jetzt ganz blitz schlechter Kann das sein? Egal Wir haben jetzt Elektrizität Die Metal Gates Slowly open Mir gefällt die Musik nicht Mir gefällt hier alles nicht Tree Endless Ich kann das nicht lesen Fisherman's Okay Also Fischer Strand Ach nein Da eine Schaukel Ach nee Eine Reifenschaukel Das ist doch nie ein gutes Zeichen Nach Slender ist das ja eigentlich das einzig richtige Horror Spiel was ich spiele Much has obviously happened here A truly forgotten part of the world All these possessions that lay strewn around me are windows to someone's existence Or are they in fact my own memories Trapped within my mind Forgotten about Locked deep within its gray interior I feel like someone is watching me from within the empty shells of buildings that were once so full of life Do I believe in God? Schön der Zaun besteht aus Stachelt Traht Ich will da gar nicht hin Ach Gott Ich kann Ucker nehmen Oh Gott Kinder lachen Das schrecklichste Was es auf dieser Welt gibt Da eine kaputte Ach das Fenster Das habe ich Oh Aus dem Augenwinkel habe ich das erkannt Oh Ich kriege hier einen Herzinfarkt Leute Leute Das scheint wichtig zu sein Ende November 1992 Peter's little joke Peter has started playing this little joke on me and Rachel And will only communicate by tapping out these rhythms I recognize them as Morse code but I myself cannot decipher their meaning He also seems to be spending quite a lot of time in the old Hermit's shack Or staring out at the points boy I hope he doesn't keep this up But I'll have to go and visit the old Hermit too Was ja Also irgendwas Was ja Also ich Hör auch kaum hin Ist Aber hier sind ja eigentlich so viele Schallplatten Da Irgendwelche Objekte finden Alter Ich kriege hier Leute Kannst du nicht so Beschreiben Oh fahren Wächst durch die Wand Mir gefällt das hier nicht Eine Zugbrücke Was ist das Aha Das ist wahrscheinlich so eine Sicherung Schiffsbruch Oh Leute Also wahrscheinlich haben wir hier auch Schiffsbruch erlitten Oder so Bei dieser Insel Ich glaube das ist irgendeine irische Insel Oder so Keine Ahnung Springen kann der Typ natürlich nicht Sonst käme hier gleich rüber Was denkt ihr euch eigentlich Als würde der Kerl springen können Oh Hör auf zu husten Vier Hab ich jetzt gleich vier gefunden Nö Aha Es wird ein Brezel Call of Woodenspiller Was Auf dem Holz Tja das dürfen wir uns jetzt hier zusammensuchen Oder was Kann ich hier runter Darf ich hier runter Soll ich hier runter Nein Nein Der verhindert auch Da ich mich da zu Tod stürze Ähm Okay Wir haben eins Eins von Keine Ahnung wie vielen Ne Hier soll ich wahrscheinlich nicht lang Da komme ich doch sicher auch nie lang Okay Also wir suchen nach Dem da Sind die jetzt erst da Oder habe ich die total übersehen Okay Dann gucken wir nochmal überall lang Denn entweder ich habe die wirklich übersehen Achso Achja Entweder habe ich die total übersehen Oder Die sind plötzlich jetzt erst da Die Atmosphäre ist Kalt Mir ist jetzt selber kalt Mir war den ganzen Tag noch nicht kalt Aber mir ist jetzt Furchtbar kalt Das Das bringt das Spiel Würde ich jetzt einfach mal sagen Also ohne diesen Walking Stick Wäre das ganze Spiel doch ein bisschen Sehr happig gewesen Würde ich sagen Wenn man dauernd dieses geschwenkte Bild sieht Tja Finden wir das jetzt alles Zwei brauchen wir noch Ich frage mich ob das Benzin ewig hält Oder ob wir dann irgendwann Keine Benzin mehr haben Wow Ein Television Hat mir gefallen Die Schränke nicht Die andere Seite können wir aus irgendeinem Grund nicht öffnen Der Regen wird immer lauter Okay Hier sind drei Ich weiß nicht Drei Lampen oder so Ich weiß nicht was sie mir sagen sollen Hier ist das Mose Alphabet Hoffentlich muss ich das nicht auswendig lernen Ich weiß noch Irgendwann brauchen wir mal Mose Und dann muss ich nochmal hierher zurückkommen Ja Einen brauchen wir Und nicht Zwei brauchen wir doch noch Oder Momentan kann ich ja jetzt mal schließen So einen Mist Ich finde die nicht Na wunderbar Wenn man die jetzt hier nicht findet Ich möchte jetzt aber auch nicht Ewigkeiten Ewigkeiten Und bei dem Licht Bei der Stimmung hier Ich erkenne fast gar nichts Ach da liegt was Hallo Ich komme hier nicht lang Der Zaun ist so unsinnig Das wird definitiv ein Rätsel Such Horror Spiel Sowas hasse ich ja Aus tiefsten Herzen Danke Jetzt fehlt uns aber immer noch einer Oh Oh Dieses schreckliche Schreckliche Wetter Das ist nichts für mich Halt wir konnten doch da hinten lang Kann der Kerl mit seinem gebrochenen Bein nicht rennen Was ist denn hier Was ist denn hier Aha Also ich komme hier hin Meine Güte Ist das so schwer Ist das da hinten ein Zaun oder ein Tor Ich kann es nicht erkennen Ist das so schwer hier lang zu kommen Wahrscheinlich ja Sonst würde es ja schaffen Oh Wieso haben die hier kein Tor eingebaut Oh Wie komme ich denn da hin Wahrscheinlich über 10 Umwege Was weiß ich Ach nein Das ist der Sand Der sich durch das Ding durch Ich werde das letzte doch sicher übersehen Das weiß ich Komme ich hier irgendwo lang Nein War hier ein Schrank drin Habe ich den Schrank Habe ich den Schrank übersehen Obwohl ich nicht glaube Dass hier ein Schrank war Was sind das auch für Häuser Das sind ja auch Das ist ein Raum Und diese Wände Also diese Wände Ja Aber dieses Dach Dieses Dach Da ist irgendein Bunker Irgendein Keller Irgendetwas Hier komme ich nicht lang Hier komme ich auch nicht lang Nein Hier komme ich erst recht nicht lang Das hat gar keinen Sinn Da hinten sind Häuser Und man gelangt einfach nicht zu den Häusern Das hat eigentlich schon für die Einwohner Überhaupt keinen Sinn Aber Oder Habe ich hier irgendwas komplett übersehen Ich weiß es nicht Hier komme ich ohne lang Ich habe keine Ahnung Ich würde mal sagen Ich Das lösen wir in der nächsten Folge Ha 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 Witzig Okay Ciao Ciao